Wollt ihr eine Show spielen? Wollt ihr eine Show spielen? Das war die Mitwurschein-Kinchen! Ihr müsst... Ihr müsst wissen hier... Hier sind die zuhause, die Primaten und Piraten und Gestinten und Klone und sonst was. Ein Moment mal aufhalten. Ja, das wäre jetzt die kleinen Ausbegegnung. So, passt mal auf. Hier habe ich... Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Wir sind die Piraten zuhause. Das... Das heißt, ihr fallet ja. Ich komme ab und ab und ab. Aber du damit im Handy hörst du mir jetzt zu, wenn ich was fahre. Ja? Ich will das... Komm mal her! Komm mal rauf hier! Dann weißt du mal, wie das jetzt bei den 5.000 Menschen anguckt. Und du spielst jetzt mal am Handy rum! Jetzt guck dir das an da! Setz dich wieder hin! Junge, 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 Junge! Dann kriegt man ja die Depression! Eine Stunde habe ich an der Maske gesetzt! Und was? Und jetzt haben wir ja Gespräche und es waren harte Worte. Ich glaube, dass ich mich da auch jetzt so wiederhole. Aber, ähm, ihr wisst wissen, ähm, hier wird auch Gerüfte und Geforst und so, ja? Ähm, könnt ihr ja so! Ähm, ich fange einfach mit den Lebensjahren-Charakteren an, die hier jeden Tag aufstehen. Ich denke, die meisten. Und zu den Aufgaben, die wir alle haben heute. Also ich habe ja Aufgaben und ihr habt Aufgaben. Meine Aufgabe ist, dass ihr durch auszusehen könnt. Meine Aufgabe ist in erster Linie das Gleiche, weil ich seh' euch eh nicht. Wenn der Zeit, dass er brennt, seh' ich ihn gar nicht. Ihr könnt sonst was machen, eigentlich. Es ist mir auch nicht egal, wie viele Leute die besitzen, weil ich seh' euch heimlich. Okay, wenn ich höre euch klasse, aber umso lauter, wenn ihr auslassen könnt. Vier Ehre! Ihr blökt mein Ballon, ne? Ich dachte, es war ja mal einmal kalt und dumm. Ohhhh... Ich bin doch so gut egal. Ihr, passt auf! Ihr hier, unser Fröhling. Captain Sir Henry Wong, unsere Änderführer. Wenn Captain Henry Wong hier erscheint, dann müsst ihr total auskennen. Ja, danke, dass auch du und ihr hier bist. Ähm, das ist dann, jetzt haben wir nicht so gut im Kindergarten wie eben, sondern richtig auslassen. Okay? Captain Sir Henry Morgan! Das Ganze jetzt machen wir mit Steading Ovation. Henry Morgan! Seht irgendjemand, ich seh' euch nicht. Okay. So. Dann haben wir den anderen. Das ist der hier, Henry Morgan. Wisst ihr ja, da rastet ihr aus. Dann haben wir hier den Dekonfetten voll gepresst. Der hat mir alle abliegt. Der ist nicht gut. 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 Und wir sind immer eine andere Meinung wie die da gutier. Und deswegen sage ich euch was, Freunde. Ihr gutt dir richtig aus. Und das tun wir. Jawohl! Eine Stunde hab ich an dieser Nörste gesessen und den unterbrichtst du mich? Kannst du einen Ballon kaufen? So, passt auf! Api-Valapi! Das ist super! Jetzt kann irgendeiner von euch auch mal Sex erstreien! Super! Alles klar! Und jetzt möchte ich mal so hören zu, Monster! Feuer frei nach eigenem Rest heute! Passt auf! Die haben auch eine gute Fehlkram, heißt sie, ist die Klang oder muss die auch umkommen? Die haben auch eine gute Fehl auf diesen Klang heute zu Elohim! Rosi heißt sie! Rosi sieht heute aus, das glaubt ihr gar nicht, aber sie hat immer noch viele Weitdurchschlagen in einem Moment, wo ihr wisst. So, passt auf! Richtig! Passt auf! Frauenpower! Das kennt ihr, wenn Rosi aus der Bar kommt, kreist nur die Weiler! Rosi Reiler! Das heißt, die Männer zeigen und die Beiler kreisen immer, wenn Rosi aus der Bar kommt! Rosi Reiler! So, passt auf! So, passt auf! Wir haben noch einen hier! Brutus heißt er! Das ist nicht mein Ballon! Brutus ist so groß, ein Meter groß, deshalb, wenn er Geld wird, würde ich sagen, es mit ihr, aber weiß! So, passt auf! Und immer wenn Brutus hier nach vorne geht, hat er süße Zwiftrolle dabei und er wird das nicht vorlesen! Und dann sagt er, er spricht euch an, das Handy, ne? Du weißt! Dann testet das! Ja, du weißt! So, passt auf! Und dann hört von euch ein A-Hu! Genau! Wie in dem Film 300 Ladings sind wir heute Abend 2.000, zum Ende der Studie und 2.500. So, passt auf! Das üben wir auch einmal! Ladies and gentlemen! A-Hu! Das war's Fresse! Was hast du schon Fresse davon gesagt? Es ist doch spät in der Nacht! Ja, ja... Dadys and gentlemen! Vergesst das nicht, wir haben nämlich Halloween Night! Und wir haben bis jetzt so bei Nacht! Toll, es hat sehr viel Feuer, viel Bung Bung! Also Bung Bung aus dem Karomane, ne? Zwei will ich euch nur vorstellen! Und dann haben wir hier auch neu ein Spettakel! Hier! Er hier! Das ist Dieter! der so da rumhängt. Danke! Mein Medium findest du auch gut, ne? Der kann nicht sprechen. Pass auf, und das hier, das ist groß. Wenn ihr mal nicht wisst, wo Stimmen herkommen, dann guckt ihr erst zu den beiden. So, überraschend habe ich heute keine mehr für euch. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Wir gehen das Ganze nochmal durch. Also, wenn du mal spielst. Apri-Laya-Fie! Ein lauter und länger. Apri-Laya-Fie! Ohhhhhhhh! Ohhhhhhh! 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 Den haben wir denn noch, Alter? Ladies and gentlemen! Ohhhhhhh! Gentlemen! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Ihr seid echt wies, Mann! Hey, und wie ist das denn alles, was ihr könnt? Ohhhhhhh! Ich will euch nur in eine Einheit einmachen, ich bin echt gut. Ohhhhhhh! 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 Und wenn ihr das richtig gut macht, verstehe ich auch jemanden in meinen Kanal. Ohhhhhhh! So, jetzt geht's rund hier. Gebt uns eure Handy morgen! Jaaaaah! Ich glaub, ich hab's nicht mehr gejagt. 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 Guck mal. Es ist nicht mehr gejagt oder klein. Ich hab's nicht mehr gejagt. Lafie? Hier, hier. Ich bin auf mein Haus gegangen. Ich bin auf mein Haus gegangen, das war fünf Jahre lang. Ich bin auf die Benz gegangen. Keine Ahnung. Ich bin bereit. Doch man tut es ab dem Länger, als man denkt. Hey Bruce, ich werde mal wieder leben. Denn ich wette zwei meiner Rippen auf den Fremden. Da halte ich gegen, Dieter. Den passe ich raus. Benry, go for it! Danke, Bruce! Was? Morgen? Guten Morgen! Mit wem hab ich doch ja gesprochen, oder? Mit wem hab ich doch ja gesprochen? Mit wem hab ich gesprochen? Mit wem呢, Titten. Das macht das Auto über auch kein Gesicht. Och, doch, nix. Morgen? Guten Morgen. Ich frage neu. Verrat mich. Liegt eure Geschichten beiseite. Schöne neue Mountain in ihr da. Alter, Fummel. Und Draene für's Zier. Ich sag eins. ZALANDU. ZALANDU? Jaaaa! Warum? Felgen. beiden. Schwoeeiih! Ich bin gekommen dabei, um mir das Kreuz von Frau Trier zu holen. Ich habe in meine Vorbereitung gekauft, aber nun endlich, weil ich mit meiner Geführten Mann, das Gott von Frau Trier in unserem Engel... Ich habe nur die beste Mannschaft. Ja! Voll Blut! Ja! 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 Oh look! Das ist ein Stück gegen die Geper, komm mal mit Sie hoch. Der ist weg. Und das weg! Lafitte, das hat mir bereits vor fünf Jahren zu spüren, wenn du sar mit Reiji... Ja, komm! ...dass ich die beste Mannschaft auf meiner Seite muss kand! Dass wir mich doch als Messieken! Schaut genau hin, Lafitte, schaut ganz genau hin! Das ist ein Mannschaft. Das ist ein Mannschaft. Das ist ein Mannschaft. Das ist ein Mannschaft. Ich bin in der Tag an das Gläuers. Hör sie nicht mehr, was ich mir gerade. Mit nur einem Ziel. Der Gott von von Rühe wieder uns an der Ritzung kann. Schau mal auf, wie es das eigentlich läuft. Das ist ein Mannschaft. Das ist ein Mannschaft. Das ist ein Mannschaft. Morgen! Guten Morgen! Ich soll euch auf der Stelle. Der Morgen steht bekanntlich. Wie? Wie wärst du? An Berto? Sie riecht. Ich hätte echt von einem Dieter drehen können. Da mach ich besser drauf. Guten Morgen! Mit wem habt ihr schon gesprochen? Mit uns was gedenten dürftet. Aber es macht doch keinen Sinn! Ich weiß nicht, woran war es? Wir haben ein Bettel. Aber wie? Ein Bettel? Ein Bettel? Ein Bettel? Ein Bettel? Ich dachte, ich hätte ein Bettel. Es ist Bettel, halt richtig. So weißt du, ähnlich ist wie Klaus gegen Joko. Ah, Joko gegen Klaas. Sie verfängt die Mikro-Welt feste Sekunden. Ha! Der Voice of Germany. Was? Eine geniale Idee von mir. Die Rundschaften dreht gegeneinander Arno. Und der Publikum. Entsteigt die Musik bei Niederlage. Super Idee! Kapp Jungs! So, ich hinterher noch nicht fälliges Wäldchen. Und schenke es nicht vor, eine frische Ruderbüchse anzuziehen. Hä? Ist das für Toll, siehst du? Vielleicht stimmt sie. Frau Blanc. Wer lest sie? Kommandant! Nur weißt du, das kann ich nicht lesen. Warum? Ich mag Alkohol. Ja, was hat das damit zu tun? Ich hab mal so viel schlechtes Mal Alkohol lesen. Was ist denn mit dem Lesen auf? Idiot! Hey! Captain Hobbit! Hierher! Kannst du lesen? Ja! Verliest das los! Der lügt doch mal! Vom Lügen krieg mal kurze Beine! Komm, der geht! Da! Da! A! Da! Wäldige Königern! Wäldige Königern! Ja! Für die Zeit kommt! Für die Zeit ist 5 Jahre alt! Für die Zeit kommt! Für die Zeit geht! Für die Zeit kommt! Jetzt ist die Zeit, die Sie in die Zeitpunkt! Der Kapitel 9 oder 10 oder 15 Jahre alt! für die Zeitpunkt! Siehst du bereit? 20 Blöckers! Sanjurik! Es ist ein Bad Guys-Blocker von Glytherlost-Magnard-Shiler mit 200 Bonds! Sieben ist für dich! Sieben ist für dich! Ho! Und es ist ein Bad Guys-Blocker von Portia Glyco mit 190 Bonds! 25 Blöckers! Mester! Inkarno! Bloxy! Glytherl! Und mit Hausерш Hagen! Das heißt, bei der Böckersack fitzen schauen! Heinserl! Wartierberg! Weniger Pein-Blocker und Schleyerl! Wartierberg! Haierberg! Geist! Wartierberg! 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 Kroosie! 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 DamṢ! autotroquity! Kroosie! Ich frage mich, ich frage mich ihre Schwanz, Ich frage mich, das ist locker. Ich frage mich, das war's, dass man ihn nicht so macht. Ich frage mich, das war's, dass ich nie Unterhbeitend bin. Ich frage mich, als ich Anna will, und schnauze mich zu befinden. Ich frage mich, das ist aber nicht so نہ, die ich mich nicht auf Willkommen. Also wenn man von Ahja SaaS upstairs geht, wenn man sich, wenn man Speaking ist, wenn man sich aufhördenbreaten ist. Wow. Wow. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Morgen! Wir wollten euch noch mal sich zu schieben haben. Morgen! Wir sind hier nicht im Tanzlokal. Das habe ich gehört. Wir waren es. Dich, wir sind es an. Sehr verehrtes Publikum! Der Gewinner dieses Puzzles wird durch Ihren Applaus entschieden. Natürlich, meine Freunde, durch Euren Applaus. Ich liebe unsere Arme! Ich werde gerade aufgeraßen und jetzt hier kann ich an! Pass auf, du bist der Nächste! Wenn Sie also dabei sind, dass hier die Kämpfer von diesem durchgetretenen Applaus mal auf ihn gewinnen sollen! Ja! Du kannst schon, wenn ich! Jetzt versorgen wir! Und du hast geschnappt, meine kleine Maus! Herr Grün ist noch aus, die hat meine Richtigkeit! Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass da oben der Kämpfer von unserem Kämpfer gewinnen sollen! So, jetzt steht der Gewinner der ersten Runde fest! Ja! Kämpfer von! Kämpfer von! Kämpfer von! Hoffnung, wie! Meine Wälder, ihr habt vielleicht der Kampf gewonnen, aber der Krieg muss er nicht machen! Ja, die Kissen steht nicht! Wenn ihr nur so ein Spruch und euer Stadus greifen wir uns mit Sehre! Kein Stadus! Los, lasst der nächste Weltkampf beginnen! Wir alle auf das Runde! Ich bleibe da vor uns, der Fasselinschuss! Kommt los, der Fasselinschuss! Oh! Ha-hem! Ladies and Gentlemen! Oh! Willkommen los zur zweiten Runde! Yes! Die Kissen ist sehr hoch! Wolfgang ist sehr hoch! Danke! Ich brauche nach dem Spielgängst! Sissi Maitai! Wollen wir jetzt aufhören? Anna Susini! Let's get ready to record! 2-2, 2-3! 1-2! 2-3! Never gonna get to the street! Halt! We're gonna get to the street! We're gonna get to the street! 2-3, 3 to the street! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020